einen wunderschönen da bin ich mal wieder euer odin und ich begrüße euch zu einem neuen unboxing ich habe eben schon den für ns konsole und und ja rot weiß gelb chinch angeboxt und hardware video macht jetzt machen wir das hier auch und dann kann ich die nämlich gleich in im abwasch schön alle biete testen eigentlich fast so aus wie die andere also wenn ihr da den unboxing video gesehen habt da ist jetzt hier nicht großartig wie anders wir haben eine bedienungsanleitung in fünf sprachen wir haben das gerät an sich und wir haben einen stromkabel um den zu betreiben mehr bekommt ihr da jetzt nicht mit bei das reicht auch komplett aus der hat jetzt keine fernbedienung der haben für haben wir vorne die tasten so dann soll soweit führt unboxing auch schon gewesen sein wir werden uns jetzt gleich im hardware video mal die hardware angucken ich werde auch mal den anderen gerät noch dazu packen um euch da die unterschiede zu zeigen bis gleich sagt euer odin